Ich habe heute schon wieder so viele Praxiskurse. Ich hätte viel lieber jetzt eine schöne runde Statistik bei diesem Wetter. Kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Alter, wie läuft der denn rum? Hat der ernsthaft eine Jogginghose an? Geht gar nicht. Yes! 1,0 in Statistik. Aber die Klausuren waren noch echt geschenkt. Was? Zwei Kurse am 11.11.? Geil. Ich finde Karneval ist scheiße. Karneval? Was heißt Fasching? Ich habe dieses Semester wieder Superzeiten an der Flyer bekommen. Ich bin aber auch ein Glückspilz. Na, heute Abend Bock auf Spure-Party? Nee. Kenn ich wieder keine Sorge. Das Essen in der Mensa war wirklich heute wieder super gesalzt. Das Salatbuffet ist hier im Vergleich zu den anderen Wahlzeiten wirklich günstig. Das ist schon geil. Schon geil, ne? Das sind Salatbuffet. Die MSZ-Aufgaben bei SQ3 finde ich wirklich klasse. So bleibe ich beim Lernen das ganze Semester auf dem neuesten Stand. Ich finde es übrigens vollkommen in Ordnung, dass man extra Ausweis braucht, um Magies wie Badmatchen oder Tennis besuchen zu können. Das ist schon geil hier, oder? Nee, mein Lieber. Viel lieber eine Uni studieren. Also, dank des IT-Kurses weiß ich jetzt endlich mein Powerpoint benutzt. Ich bin froh, wenn das Studium mir endlich vorbei ist, ey. Stress pur. Oh, 13 Uhr. Komm, lass trainieren gehen. Mittags ist im Kraftraum immer am wenigsten los. Das Kölsch schmeckt aber auch gar nicht. Absoluter Wurz. Boah, ich finde das echt klasse, wie hier an der Spohu auf die Wildtrennung geachtet wird. Das ist super Umweltbewusst. Was, du hast Freitags-Uni? Scheiße, da habe ich keinen Kurs mehr bekommen. Uwaaah! Ja, welches ist das echt? Eigentlich, endlich! Im ersten Take! Im ersten Take! Im ersten Take!